Fuck! Ja, Maik, jetzt bist du hier outside- Ah, ey! Ach, die sind doch auch nicht scheiße. Ey, ich hab die ganzen Teile gar nicht mehr. Kacke! Ja, komm! Nein! Doch, ich hab's noch. Oh, das ist der Name. Ich hab's noch gekriegt zum Glück. Tja, ich werde eben kurz. Ähm, 24. Yeah, freaky! Yeah! Ja, Mann! Du kleiner Cheetah! Machen wir nochmal? Ja, lass uns was anderes spielen. Nein, lalalalalala, lass drei Runden spielen. Nochmal? Okay, drei Runden. Jetzt haben wir eine gewonnen. Lass uns mit zwei Karten machen. Ich hab mit drei und jetzt. Mit einer. Mach jetzt einmal drei. Mit fünf. Da muss man auch recht. Ich hab schon mit drei jetzt. Drei. 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 Mai, komm. Ich hab jetzt schon eines, das ist egal, dann mach ich nichts und fünf. Du weißt, dass wir jetzt mehr schaffen haben als du? Ja. Okay. Okay, gut. Ich gewinn eh. Nick, wieviel hast du? Ich gewinn eh. Nick, wieviel hast du? Bingo! Ich hab Bingo! Geil! Yes ey! Der Ringer hat das Spiel gehackt, der hat zum PC aus der Grenze geworfen. Ist klar. Und mit Ending Bingo draufgeschrieben. Hey, dann hätt ich aber schon ruhig, seh ich auf die Situation raus. Ja auch. Ich hab zwei. 65. Habe ich nicht. Der Mike muss alle Reihen voll haben. Auf seiner Mini-Karte da. Boah, stimmt. Egal. Ich gewinn eh. Jawohl. Ich gewinn eh. Ich gewinn eh. Jawohl. Ohhhh. 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 Wenn wir den Randy fertig machen. Fick dich. Seid mal auf. Komm halt weiter. Genau. Ohhhh. Ich weiß es nicht. Guck meine Hand ist hier. Also meine Hand ist hier. Also meine Hand ist hier. Ich weiß es nicht. Mach mal auf. Wir sind der wilde. Ohhhh. aber er hat auch mal erhaut ich habe es nicht mehr mit das zog die ganze Zeit zu hindern er Jawoll. Ach, das habe ich zweimal. Habe ich nicht. Wie viel hast du überhaupt schon, Mike? Drei. Oh, 22. Nee. Scheiße. Scheißzahl. Kackzahl. Bäh. Keine Werbung. Keine Werbung. Keine Werbung. Keine Werbung, keine Werbung. Ah. Oh. Ich habe ihn sogar wie mies. Das ist scheiße, wenn der die sogar hat, ich fühle mich jetzt voll gedemütigt. Das war noch kein Fall. Wo war die habe ich auch? Drei und drei. Nimm den Scheißfinger weg. 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 Oh Gott, ey. Habe ich auch. Ich gewinne. Das sieht nicht gut aus für mich. Tja. Ich bin ja auch nicht. Devi- секißfinger weg. Ah. Führer zum den Scheiß nicht. Gern. Dafür habe ich ein kostenloses neues Handy bekommen. Ich hab nicht gekocht, du bist Däubig. Witzig. Wenn jetzt die 3 kommt, habt ihr so gelutscht. Gelutscht? Habt ihr so gelutscht, ich weiß, so geil, was denn Däubig. Töten Sie die Beute gleich? Danke. Okay. Wund ich... Der Baum Schimmerwolke hat sie erwartet. Keine Werbung. Oh Gott, ey. Ja, wenn, du bist gemeint. Ich mach keine Werbung. Hab ich auch, nicht? Ich habe, ich habe meine Bein. Ich hab eine Bein, ich hab doch noch weniger Tal brauchen noch, weil zum Schluss hat er ebenso eine gute Chance. Kugelsgläuert sich alles aus. Äh, kennen, dass die Chancen sind eigentlich fast gleich. Die gar nicht spielen. Ich muss mal nachgucken, mal. Zwölf, nachfuck. Voll scheiße, dass die Bingo's nur seitlich zählen. Sonst hätte ich nämlich jetzt schon eins. Cheetah. Ich finde die gar nicht. Oh, die hatte ich nicht mehr gesehen. Oh, das war auch nicht. Alter, ich will so viel die Zeit zu finden gerade. 15. 15. Aber nicht. Da habe ich eine. 70. 22. 2. 2 Mal. Was war das? Habe ich dreimal auf einer Garte. 1 Mal. Nein, bleib mal. 66 hab ich. Scheiße, wenn Daddy sogar hat. Das ist Kacke. Ja, scheiße. Das ist nicht gut. 23 hab ich nie. Hab ich nie. So, wir sind jetzt gleich mit 33. Zug. Wow. 40. Das ist immer noch kein Bingo. Hier. Oh. 68. 60. Äh, hab ich nie. Einmal. Einmal. Ich brauche die 3. Ich brauche die 26. Ich brauche die 26. 7 hab ich so. Hab ich einmal. 2 Mal. Jetzt fehlt mir nicht mehr viel. Mein erster. Mein erster Bingo dauert nicht mehr. Mein erster Bingo dauert nicht mehr lange. Nein. Nein. Nur noch ne Frage der Zeit. Scheiße. Kacke. Anruf. Sowie. Das ist nicht mehr. Nicht ehrlich sein. Ich brauche die 26. Ich brauche die 36. Ich brauche die 36. 56 sie nun sich mann nun müssen ja das wegen der genau deswegen achten 30. Hm. Keine Zahl. Der Maik hat bestimmt schon die Zahlen von dem einen Ding im Kopf. … … … … … … Vielen Dank.